Hallo, mein Freund. Ich hab dich vermisst. Wie stehen die Aktien? Bitte, bitte. Du kriegst deine Kohle. Ich brauch noch ein bisschen Zeit. Nur ein paar Tage. Tut mir leid, mein Freund. Aber ich habe fünf Kinder zu ernähren. Deswegen, deine Zeit ist um, dann? Manfred. Hey, wir haben Bock auf Feierabend. Feierabend, entspannen, locker machen. Ja, ich komm durch. Was ist denn los? Jetzt mal rein theoretisch. Wenn du deine Freundin betrieben würdest, willst du ihr das sagen? Nee, oder? Warst Marie beschissen? Natürlich nicht, Mann. An der ist der Kumpel Philipp, der seine Frau betrogen hat. Und jetzt fragt er mich, wie ihr reagieren soll. Früher habe ich immer gedacht, was man nicht weiß, das macht einen noch nicht heiß. Heute setze ich da mehr auf Ehrlichkeit. Gut, aber dann schmeißt sie ihn hundertprozentig aus ihrer Wohnung. Und das wegen seiner Kleinigkeit. Wer soll das? Ja, Alex. Alex, was gibt's? Wo seid ihr beiden denn? Hier. Ach, habt ihr Zeit? Nee, wir machen Feierabend jetzt. Ach, könnt ihr nicht noch schnell einen Abstecher machen in die Johannesstraße 4? Was ist denn da? Eine Carla Landner, deren Freund hat zwar missgemeldet, liegt doch auf dem Weg, hm? Na ja, gut. Mal kurz einen Abstecher machen, ey. Schönen Feierabend. Ja, nicht weit unten. Ja, so, bitteschön. Hier können Sie Platz nehmen, bitteschön. Dankeschön. Danke. Um wen geht's denn? Um Torben. Um meinen Freund, Torben Schmidt. Wann haben Sie Ihren Freund zuletzt gesehen? Das war letzten Montag. Das ist ja, das ist ja schon eine Woche her. Ich weiß. Der Torben ist Fondsmanager und er arbeitet Dienstag bis Freitag in Frankfurt. Und am Samstag wollte er zurückkommen, aber er ist seitdem nie aufgetaucht. Ja, und seit letztem Montag hatten Sie keinen Kontakt mehr zu ihm? Doch, doch. Wir haben unter der Woche zweimal telefoniert. Aber seit Samstag geht seine Mailbox ran. Hm. Zuerst habe ich mir auch nichts dabei gedacht. Aber mittlerweile mache ich mir echt große Sorgen. Ja, wir gehen der Sache auf jeden Fall nach. Seit wann sind Sie beide denn schon ein Paar? Seit einem Jahr. Und zusammen wohnen tun wir schon seit acht Monaten. Ist er das? Ja. Können wir das Wutter mitnehmen? Ja, klar. Selbstverständlich. Gut. Haben Sie schon mal Freunde von ihm und Familie und Verwandte durchtelefoniert? Eine Familie hat er nicht mehr. Und unsere Freunde habe ich schon alle erreicht. Aber Sie wissen alle gar nicht. Wissen Sie, manchmal gibt es für so ein Verschwinden eine ganz einfache Erklärung. Wir tun auf jeden Fall, was wir können. Und sollte Ihr Freund sich bei Ihnen wieder melden, dann sagen Sie uns einfach Bescheid. Ja? Dankeschön. Nein, Philipp, ich misch mich da nicht ein. Ja, das hast du doch selbst verbockt, oder nicht? Ja, durch. Ich muss arbeiten. Ich ruf dich später zurück, ja? Ja, bis dann. Tschüss. Du hast vollkommen recht. Dein Kumpel ist selbst schuld. Sag du ihm das mal. Naja, egal. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten bei unserem Vermissen? Das Handy ist immer noch ausgeschaltet. Ich habe ein Bewegungsprofil angefordert. Gut. Frau Schmidt? Ja? Jetzt meine Damen telefoniert. Ja, richtig. Mein Sohn Nico. Hallo. Ja, bitte nehmen Sie Platz. Wir holen noch einen Stuhl dazu. Ja, Dankeschön. Bitte sehr. Sie wollen Ihren Mann also als vermisst melden? Ja. Er hätte heute Morgen von einer Geschäftsreise zurückkommen müssen. Er ist übers Wochenende immer in London. Und ich habe wie immer am Flughafen auf ihn gewartet. Aber er ist nicht gekommen. Auch nicht mit der nächsten Maschine. Und auch sein Handy ist aus. Naja, Frau Schmidt, das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Ich glaube nicht, dass wir da viel machen können. Vielleicht warten wir einfach noch ein bisschen ab. Es kann ja sein, dass Ihr Mann in den nächsten Stunden auftaucht. Er hätte sich gemeldet. Nein. Aber ich habe hier ein Foto von ihm. Ganz aktuelles. Ich weiß doch, dass man sowas braucht, wenn... Hier, bitte. Zeigen Sie mir her. Sagen Sie mal, hat Ihr Mann eventuell einen Zwillingsbruder? Nein. Aber Ihr Mann heißt Torben, richtig? Ja. Aber wissen Sie das? Sie suchen schon nach Ihrem Mann. Ihr Mann ist schon als vermisst gemeldet worden. Was? Von seiner Freundin. Wie meinen Sie das von seiner Freundin? Es tut mir sehr leid. Also, so wie es aussieht, war Ihr Mann nie in London. Er war immer samstags bis montags hier in der Stadt bei seiner Freundin. Das kann überhaupt nicht sein. Meine Mutter hat ihn jedes Mal vom Flughafen abgeholt. Was ja nicht bedeutet, dass er auch wirklich geflogen ist. Wie lange sind Sie denn schon verheiratet? Seit 19 Jahren. Das muss alles ein Irrtum sein. Das wird mein Mann nicht tun. Naja... Nein, nein. Das kann nicht sein. Mama, vergiss es. Das ist völliger Quatsch. Das wird Sie schon irgendwie aufklären. Kann ich Sie jetzt bitte nach Hause bringen? Ja klar. Ich bringe Sie runter. Danke. Wir melden uns, okay? Okay. Robert, ich kümmere mich um das Bewegungsprofil. Ja. Bitte. Danke. Ich verstehe das nicht. Der war doch ganz sicher in London. Er hat mir doch immer was mitgebracht. Das kann doch gar nicht sein. Herr Ritter, guten Tag. Frau Landner, gleich gehen wir am besten Lächeln an. Ich wollte nachfragen, ob Sie irgendwie was Neues erfahren haben. Ich habe von Torben immer noch nichts gehört. Nein, also noch nicht. Torben? Dann sind Sie das Flittchen, das versucht hat mir meinen Mann auszuspannen. Was soll das denn? Was soll das? Was soll das? Was machst du mit ihm? Was hast du mit ihm gemacht? Oh, wer sind Sie überhaupt? Wer ich bin? Wer bist denn du? Was wollen Sie eigentlich an mir? Dass du mir meine Familie zerstörst. Sag Sie mal. Geht da nicht noch. Was soll das? Komm, lass gut sein. Ich erkläre es Ihnen recht, Frau Landner, ja? Das glaube ich nicht. Dein Vater liebt dich. Er liebt dich. Er hätte uns das nie angetan. Das waren die Ehefrau und der Sohn von ihrem Freund. Nee, das kann nicht sein. Der Torben ist geschieden. Nein, leider nicht. Ihr Mann fühlt seit einem Jahr ein Doppelleben. Von Dienstag bis Freitag bei seiner Familie und von Samstag bis Montag bei Ihnen. Nee, das hätte ich doch gemerkt. Ja, anscheinend nicht. Es ist mir leid, dass Sie es so erfahren mussten. Wir haben auch noch keine Neuigkeiten. Falls wir was rauskriegen, melden wir uns bei Ihnen ja. André? Wiedersehen. 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 Alex, was gibt's? Wo hat man sein Handy zuletzt geortet? Gut, ich fahr mit Michi hin, ja? Bis dann, tschüss. Die Kinder haben mir echt leid tun. Wir hätten Monate lang von ihm angelogen. Tja, selbst wenn das mit seinen London-Reisen nicht stimmte. Ich frag mich, wie hat er das gemacht? Ich mein, der muss ja irgendwann mal gearbeitet haben. Laut seinem Arbeitgeber hat er wohl hauptsächlich von zu Hause gearbeitet. Er hat so mit Aktien und Wertpapieren gehandelt, aber nicht besonders erfolgreich. Tja, trotzdem hat er Frau, Kind und Freunde finanziert. Naja, das hab ich mich auch schon gefragt. Was hat er hier in der Gegend gemacht? Vielleicht wohnt hier Frau Nummer drei? Tja. Dann hätte er sich ja so über Wasser gehalten. Ich frag auch nix. Hey, da mal ein bisschen Kleingeld für den alten Mann. Hier, bitte. Der Kollege hat schon für mich wild bezahlt. So, keine Geschäfte, ja? Ist mir scheißegal, ob das sein Kursank ist. Wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Nasewand. Das ist mein Kollege Ritter. Find Sie der Chef hier? Richtig, Umut Oesmann. Was kann ich für Sie tun? Schon mal gesehen? Leider nein. Und Sie? Er ist kein Kunde von Ihnen oder sowas. Noch nie gesehen. Kann ich sonst noch was für euch tun? Braucht ihr Geld? Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Ihr kennt Schmidt auf jeden Fall. Ja, natürlich. Aber wir können ihm ja schlecht Daumenschrauben anlegen. Hast du mal das Foto da? Ja. Hallo. Sie sind doch bestimmt öfter hier, oder? Weiß nicht. Warum? Schon mal gesehen. Und wenn? Ist das jetzt ein Jahr? Nee. Kann ich sein Geld, ey. So, ja. Also? Ja, den kenn ich. Der ist Kunde da drüben. Vielen Dank. Sie haben uns sehr geholfen. Auch wenn es teuer war. Ey, warte mal. Habt ihr vielleicht noch eine Kippe für mich? Von dem Geld kannst du dir eine ganze Packung kaufen.